In der interaktiven Folge von Boss Baby... Vier Erzfeinde zurück auf dem Rache-Feldzug? Wir müssen zu Babycops so schnell wie möglich. Was du das sagst! Entscheidungen sind wichtig. Drückt auf den roten Knopf, dann lassen wir eine Spinnenplage los. Aber statt Netze aus ihren Hintern zu schießen, furzen sie andauernd. Und die Würze riechen nach Lakritze. Und außerdem brennen die Spinnen. Wieso sollte jemand den roten drücken? Es gibt Spinner, die mögen Lakritze. Hast du das Zeug dazu? Bist du... Der Boss! Hinterfrage jede Entscheidung. Deine Instinkte sind immer falsch, aber deinem Bauch kannst du vertrauen. Dunkler Tunnel oder offenes Gelände? Seit wann bin ich so unentschlossen? Triffweise Entscheidungen, Verhandlungsduell. Denn um in diesem Business zu bestehen, musst du die Spielregeln kennen. Das wird langsam echt schräg. Das wird langsam immer besser. Boss Baby! Du weißt schon, dass das hier bestimmt nur eine furchtbare Falle ist, oder? Ja, aber ich habe die Impulskontrolle eines Babys. Tun wir's! Das war's! Ich bin's! Ich bin's!